Willkommen beim iWorkplace. Ich zeige Ihnen die sogenannten Kacheln beim Windows. Mein Name ist Pirmin Lenherr. Nach Windows Vista, das ist schon einige Jahre her, kam Windows 7. Windows Vista und Windows 7 hatten beide unten links einen Startknopf und dann kam Windows 8 und plötzlich fehlte dieser Startknopf und es verwirrte alle, denn man sieht hier beim Windows 8 nur noch Kacheln. Das war gedacht, damit man den PC mit Handschuhen auf dem Bildschirm bedienen kann, deshalb so grosse Kacheln, aber der Startknopf fehlte tatsächlich. Das wurde jetzt verbessert mit der Windows Version 10, also der Startknopf ist hier unten zurückgekehrt und wenn Sie hier draufklicken, erscheinen diese Kacheln. Hier beim Kantons-PC erscheinen zwar ein paar wenige Kacheln, aber leider kann man sie nicht anpassen. Wenn Sie auf dem Kantons-PC eine Kachel verschieben möchten, funktioniert das nicht. Oder wenn Sie eine zusätzliche Kachel hinzufügen möchten, ich packe diese hier und ziehe sie nach rechts, dann funktioniert auch das nicht. Wenn Sie aber auf Ihrem privaten PC eine Kachel packen, können Sie diese sehr wohl verschieben und wenn Sie eine dazufügen möchten, dann funktioniert auch das. Ich gehe hier mal zu Outlook und hole das Outlook einfach auf die rechte Seite. Ich packe diese Kachel und stelle sie da oben hin. Sie könnten auch die Kacheln verändern in der Grösse, Grösse ändern. Also spielen Sie damit und wenn ich da schon beim Outlook bin, Sie sehen, man könnte auch hier sofort eine neue Nachricht erstellen, einen neuen Termin oder so. Wenn Sie auf dem Kantons-PC diese Kacheln hier klicken, und zwar diesen Store, also diesen Einkaufsladen von Microsoft, dann landen Sie in der Leere. Wenn Sie das aber auf Ihrem privaten PC klicken, ich klicke hier auf den Store, dann geht hier ein riesiges Fenster auf und Sie können unter verschiedenen Apps wie beim Handy auswählen, was Sie denn noch gerne installieren möchten, zum Beispiel Musik mit Spotify oder einen Nachrichtendienst oder Facebook oder hier oben Spiele und Sie verstehen, wenn der Kanton nicht gerade begeistert ist, wenn hier ein riesiges Angebot zur Ablenkung bereitsteht. Das war's.